Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Warum fallen alle Dinge einfach runter? Anstatt zu schweben, wenn keine Magie im Spiel ist. Dann lass uns das Rätsel der Schwerkraft entschlüsseln und die Geheimnisse von Raum und Zeit entdecken. Ja! Hoho! Die Geheimnisse von Raum und Zeit! Hohoho! Cool! Dein Zauberschnickschnack ist wirklich beeindruckend! Newtons Idee war, dass es eine unsichtbare Kraft gibt, die alles zu Boden fallen lässt. Ha! Die Gravitation! Was genau ist diese geheimnisvolle, unsichtbare Schwerkraft? Wie funktioniert sie? Ich starte zu der Reise Entdecke die Welt Entdecke die Welt Raum und Zeit sind miteinander verwoben, wie Fäden in einem Stoff. Albert Einstein nannte diesen Stoff Raumzeit. In der Gäste Der Leben und die Welt Untertitelung des ZDF, 2020